Hallo Freunde, hier ist Olli Schulz. Ich wollte ein kleines Statement abgeben. Wie ihr wisst, war ich lange Zeit Bestandteil der tollen Sendung Neo Paradise. Und jetzt haben mich viele gefragt, ob ich mitmachen möchte bei der neuen Sendung auf ProSieben von Joko und Klaas. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Independent-Künstler bin, der nie so große Sachen gemacht hat. Und ich finde, es ist eine ziemlich kommerzielle Geschichte, bei so einem großen Sender auf einmal mit dabei zu sein. Und ihr kennt mich, ich bin Nischenkünstler. Ich bin niemand, der sich irgendwie von Kahn spannen lässt oder irgendeine Geschichte. Olli, die Affen sind jetzt da und wir wollen anfangen. Anfangen? Scheiße bauen? Ja, sicher. Oh, Alter, wie geil! Komm, ja, los! Scheiße bauen! Stunde Rangeln, ne? Hast du Bock zu Rangeln? Ja! Aua! Wie früher, wie früher! Das ging aber auf die Bandscheiben gerade.